Es sind wir Menschen, doch hinieden nicht alle gleich. Wir sind verschieden. Und wenn ein Mensch ne Meinung hat, so macht man ihn doch nicht gleich platt. Selbst wenn die Meinung nicht konform und passt zu Recht in keine Norm, auch wenn sie viel nicht gefällt, wenn man sie in ein Netzwerk stellt, so darf der Mensch mit gutem Recht doch sagen das, was gut, was schlecht nach seiner Meinung nun mal ist. Und dies gesetzlich festgeschrieben ist. Das Löschen und auch die Zensur, das führt zur Unterdrückung nur. Drum bin ich hier voll mit dabei. Die Meinung ist und bleibe frei.